Ich kann halt mit Lastpick für sowas wie Swain gehen und sowas, das ist halt ziemlich geil, aber wenn die halt irgendwie die Pressure haben und dann irgendwas beues vor, die picken, ja, da kann auch was sein. Ich dachte, ich zerfick den jetzt einfach und dann macht der hier einen linken. Anivia ist open, sag ich nur. Ja, Anivia all the way. Manchmal muss man auch einfach die pragmatischen Taktiken wählen. Wollen wir Jax oder was wollen wir machen? Ivan würde ich eher sagen, ich hab kein Bock auf Ivan, dann eher Lastpick Swain oder so gegen den Jax. Okay. Oder Darius kann ich auch spielen. Oh, das sehe ich dich. Letztes gespielt, war richtig schön. Richtig Lava wäre weggetiltet, ey. Also du müsstest jetzt davon aufgehen, dass wir Lulopilus Hypercarry spielen. Also, willst du Bard picken, oder? Ja. Die werden jetzt Hypercarry spielen wahrscheinlich, ne, was machen wir dagegen? Weil... Lange ich mal Bard gespielt, ich weiß halt nicht inwiefern wir da die Lanes dumpen, aber wenn du sagst, dass wir damit gewinnen, dann vertraue ich dir. Was wollen wir mal picken? Ich würde wahrscheinlich für eine Anibear gehen. Also, weiß ich wahrscheinlich. Botlane, äh, vielleicht sogar Support hier. Oder AD Carry, Jungle. Wollen wir... Willst du Elise oder was ist dein Plan? Ähm, mir ist egal. Wie findest du Bard-Caitlin? Das ist eigentlich auch diesmal, oder? Bard-Caitlin ist die beste Bardlane. Ja, dann können wir... Was spricht dagegen jetzt Bard-Caitlin zu picken? Nichts. Pick Bard-Caitlin. Es hieß nur, du willst nicht Caitlin spielen. Ja, die Jungs will ich einfach noch wegbumsen, ist alles egal. Das ist die Einstellung, die ich hören will. Bard-Caitlin, confirmed. Ja, 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 ja. Caitlin, 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 Caitlin. Caitlin. Dann, äh, würde ich sagen, bumsen wir die jetzt, äh, zum Quadrat, ne? Nice. Zum Quadrat. GG. Ich weiß nicht, nachdem wir das jetzt geändert haben, wenn, wenn Ludo mich klein macht, bricht er mal ne Ult ab? Ich glaube nicht. Oh mein Gott. Ich hatte meinen Mic außer meiner Aufnahme. Fuck mal live. Oh lol. Rip. Alter. GG. GG. Oh Mann. War jetzt auch nicht so ne Glanzaufnahme, Alter. Ja, das kommt zusammen schon immer so kacke, wenn man sieht, dass sich mein Mund bewegt, aber nix kommt. Okay. Guck mal, Ludo. Das haben sich mein Lehrer in der Schule auch immer. Ähm. Vorhin war Reksa ja nie der, weil wenn wir noch für Swank gehen, will ich nicht Elisa nie werden. Das ist Reksa gegen Kogmalulu, da kommst du niemals ran, bist ein kompletter Creep. Flash Nogga. Ja, aber und willst du sonst spielen? Weiß ich nicht. Ich sag's ja nur mit Wex, äh Kha'Zix, äh Kha'Zix. Spielst du Kha'Zix? Ne, ne? Ne. Nocturne? Ne, ist auch nicht so geil gegen die. Guck mal, Advanced Cancer. Schön Rammos, Alter. Rammomo? Ne, äh. Joaah. Rammomo wirst du halt so heftig gecounter-junglet, so. Du wirst halt so heftig weggedjunglet, so. Du wirst halt so heftig weggedjunglet. Kannst du Rammos? Nein. Oh. Rammos ging dir jetzt auch in der Latte. Pick mir einfach Elise. Elise? Ja. Naja, Mumu ist gar nicht so weak, na? Naja, Mumu ist voll stark. Aber die, der Chim-Chon, der Lee ist halt schon dann öfter in deinem Gesicht, als dir lieb sein wird. Solang es nicht Chaco ist. Ich frage mich, ob er jetzt Oriana spielt. Oder Nunu vor einem halben Jahr. Alter, oder Aiwanger. In den ersten Wochen, wo keiner wusste, was abgeht. Renn direkt durch den Jungle rein. Nimm den das Game einfach weg. Ich dachte, ich fall vom Raum, ey. Ich hatte ein Xin-Jungle. Ich fand's aber mit Nunu echt schlimmer damals, wo Nunu da dieses Counter-Jungle-Ding gemacht hat. Alter, ey, du bist ja komplett... Also... Da hab ich ja auch ein paar durchgequetscht Aufnahmen gemacht. Alter, ich hab mich fast kaputt gelacht. Ich hab ein 4 gegen 5 gewonnen. Und bin halt selbst ein 4 gegen 5 immer so gegen 3-mal in deren Jungle rumgelaufen. Und fress noch so den Red Buff. Das ist halt so dumm, ey. Vor allem war das ja auch noch... Außerdem, aus Versehen haben die ja gemacht, dass der Q, dass du mehr HP hast, irgendwie... Och, wirklich? Was denn? Hab der doch eh wieder nur um sein Q. Ultimate-Scripter-Enemy-Team. Hä? Ja, wenn ich so ein Team-Kommender-Gegner-Queue sehe, wüsste ich safe, dass Kogmar und Serat-Duo-Queue und beide Scripter sind. Wow. Ein oder andere, bitte. Hä? Warte, wann wir spielen? Willst du Jacks spielen und Counter-Raken? Na, weiß ich nicht. Counter-Raken. Passlich hab ich Jacks in Ewigkeit nicht gespielt. Das wär witzig auf jeden Fall. Wär lustig, wenn ich verkacken würde. Das wär so witzig. Ich würd tatsächlich Darius spielen, Alter. Aber ich glaub, gegen Darius hab ich keinen Spaß dagegen. Kannst du nicht, die kommt mir auch nicht ran, oder? Ja, könnt schon sein, aber eigentlich nicht. Ich seh dich auf Namus. Ich seh dich auf Namus. Ich seh dich auf Namus. Na, Anibia hat uns schon echt ein paar Wounds gebracht. Manchmal muss der Käpt'n Akzente setzen. Oh, Namibia. Namibia, was? Namibia. Okay, wie spielen wir es? Rein. Rein. Seh ich auch nicht. Ich seh uns ja bei'n schönen Midline-Gang. Der letzte Xeradag gegen uns gespielt hat, statt irgendwann 0,9 oder so. Ja, das stimmt tatsächlich. Wir hatten auch Games, wo du 17.2 standest und wir haben verloren. Jo, genau das Game war das da. 19.3 am Ende. Easy Lose wegen Vladimir Nitschbeln-Bektor. Ja, Cameron, was meinst du? Können wir den früh abholen? Ja, klar. Ja, ja, wenn der Aggressiv spielt. Ich würd' das versuchen. Und wenn wir's schaffen, ist nice. Wenn nicht, Plan B, Mitte kämmen. Das ist genau Plan A, den ich hören will. Und Botlane fickt die halt rein. Aber wir müssen auch, ja, mit Lee ist halt immer so eine Sache. Das hat so'n bisschen tickt. Ich werd' auch mal versuchen, wenn ich die Press habe, werd' ich öfters in Blue Jungle gehen und da warden bei dem. Ja, ich hab halt... Und dann müsst ihr halt Botlam smart spielen, wenn ihr seht. Oder ihr müsst einfach fragen, so, kann halt der Top-Lang sein? Kann er grad mit-Lang sein? Blablablablabla. Seid ihr bereit? Oh ja! Au! Au! Das Ding klingt original so aus den alten Filmen, Alter. Ja, das ist ja original. Also, das ist so Messing alt. Und das war früher ein Kutschen dran für eine Hupe. Wie war das gekostet? 30 Euro. Schnapper. YouTube-Money. Ich auch schnapper. Ich auch schnapper. Das klingt, Alter. Der muss mal wieder zum Frisor, ey. Nee, der muss sich duschen. Der muss mal wieder, wir müssen mal wieder Bio-Peak haben. Das auch. Nee, ich seh, ich seh inzwischen einen Blick auf Maxim und ich weiß, ob er geduscht hat oder nicht. Toll, ey. Und da er heute zum Radio geht, brauchen wir nicht duschen. Wow. Normale Menschen würden denken, genau dann gehe ich duschen. Maxi, no. Okay, Boys. Wollen wir Level 1 was machen? Nö. Doch, wohl, könnte man theoretisch. Wenn man wollt. Lass mal hier rein, lass mal hier rein, lass mal hier. Von hier. Ich würde eh beim Bloober starten wollen. 1, 2, 1. 3, 2, 1, let's go. Jetzt Willkommen bei einer zweiten Runde. Die 5.3 küsst deine Ma. Ich fick... Ja, aber wer endet das bitte? Ja, ich hasse euch alle. Alle hier in den Busch rein, ne? Und dann die Route. Können wir mit Bart hier ne Journey machen. Nee, ich würde ganz sicher nicht mit meiner E-Holle bei 1 starten. Die haben Strong Eyes und Wind Speakers. Hä? Ani, wir first. Go, go, go. Ani, wir first. Oh, oh, oh. Oh, beautiful. Flirt, flash. Easy. Äh, ist, äh, zweieinhalb, äh, viereinhalb Minuten. Kann wir time. Warte, warte, warte. Warte, warte. Warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Warte, 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 warte. Warte, 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 warte. Warte, 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 warte. So was um den Dreh ist genau der Freude. Sorry. Johnny, kannst du meinen Red Warden, bitte? Oder Kevin? Hat der, hat sie den mal getimt, oder nicht? Hä? Steht der im Chat? Hast du Blue? Schon mit der Zahl. Kutscha, jetzt bist Support. Mach jetzt das Ding. Du kannst selber schreiben. Ja, wir können ja nicht ganz so verhelfen. Warte, fünf Stunden. Warte, fünf Stunden. Ja, ja, ja. Und das musst du Copy-Pasten. Und dann, ne? Du Copy-Pastest, Junge. Warte, ich. Ja. Ich muss die Lane dominieren. Nicht wieder reinfeeden wie gegen den Jacks. Äh, ich hab nicht gefeiert. Boah, komm. Ich hab nicht gefeiert. Also nicht Int. Nö, das hab ich immer nicht. Nö, das hab ich immer nicht. Nö, das hab ich immer nicht. Also einmal der One-V-One verloren, aber ansonsten. Okay, es reicht mir eigentlich schon, danke. Oh Mann. Reicht mir! Reicht mir! Reicht mir! Was Bot statt? Asche to the limit. Keine Ahnung, sieht so aus. Ja, ist Bot statt. Da liegt schießen? Ja, aber ne. Wir sind keine Käse essen. Geht sie raus schon. Ich werd top pushen wahrscheinlich. Ein bisschen. Wer hat nur einen Potter bei, ne? Nice Q. Träben. Gucken wir mal, ob wir alle zwei machen. Ich weiß, der Barth Power zweck Level 2 ist halt immer insane. Wir lieben wahrscheinlich auch Level 3, top. Mhm. Ja, T geworden. Schau mal gut, wie sie es so machen. Das Barth Level 2 ist so scheiße, dass er wenigstens früher Level 2 kriegt. Ich glaub, es ist super low. Fair play, auf jeden Fall. Okay, Che, ich mach Red Buff, dann komm ich. Ja, komm. Ja, 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 ja. Ich hab keinen CS verloren, das kann nur ein gutes Game werden. Ich glaub, es ist jetzt eigentlich gut. Seroth hat immer noch keinen einzigen Q auf mich getroffen. Oh, der ist schon hier, ist schon hier. Also, wir spielen das Prinzip ja wieder so, ne? Nur zwei Info, nicht, dass ich wieder danach erst weine. Wir pushen Bot die ganze Zeit hart rein, gucken, ob wir früh pushen können. Ist aber noch hier. Der ist hier gerade. Der war auch durchaus mal in einem oder anderen Ward. Hat er irgendwo gewornt? Ich hab keinen Ward up. Ich weiß ja nicht. Nein, nein, der Game ist leider vorbei. Ich komm über die Lane. Der wird gleich Agro gehen auf mich, 100 pro. Das ist Free Kaccoon. Ja, jetzt komm. Nice. Eben, Junge. Ich komm wieder so weit. Ich komm wieder so weit. Rebate. Wisst ihr, wo Lee ist? Äh, weiß ich nicht. Aber nicht Barzai. Könnte nicht Barzai. Ja, ja, er ist. Er ist wahrscheinlich backgeportet und könnte Barzai kommen. Hier ist jetzt kein Ward mehr. Ach doch, er hat mal gewordet. Ich geb hier raus. 24. 20. Mein Gott, ich fühl mich wie im Krieg, Alter. Vor dem Dauerbeschuss. Lee hatte hier die Crux gemacht? Während ich wahrscheinlich gegangt hab. Hä? Na ja. Warte noch. Vielleicht hier. Pass auf. Ja. Ja, Lee könnte Mitte sein dann. Boah. Ich bin richtig schlecht für den Gegner, wenn ich selber... Aber Lee könnte halt auch hot jetzt sein. Lee ist da, Lee ist da. Aber denk dran, ne? Es ist jetzt so, als ob Riot da jetzt noch nie den ein oder anderen Buckmaus Spaß ins Spiel gebracht hat mit Lee Sin auf der Minimap, wollte ich nur erwähnt haben. Ja, das stimmt wohl. Nee, dafür war der zu lang zu sehen. Müsste ja gerade Renekton. Wahrscheinlich Base. Max in 300 Gold. Da ist er wieder, der Renekton. Ähm, ich würde jetzt Mitte gehen. Boah, der hat bei dir dein Rapper oder so gewordet dann. Ja, ja. Ja, das können wir auch machen. Vom Bot-Side aber. Ja, ja. Bin ich ja grad. Kann's quasi direkt durchlaufen. Ja, ich geh hinter ihn. Können wir machen, jo. Hat der Flash ja, ne? Ja, ja, der da ist. Vielleicht krieg ich ihn einfach so for free. Vielleicht krieg ich ihn einfach so for free. Ja, doch. Clemens. Go, go, go. Jo. Wir haben hier ein Advantage-Spot. Okay, nice. Beide Thumbs. Also wir haben einen guten CS-Lead-Bot und jetzt auch Pressure-Lead. Nice. Wir haben Mitte, beide Thumbs. Trotz auf, persönlich, ich brauch mal einen Glock hier. Ich glaub, Lee könnte hier sein. Ja, sollte ein bisschen... Ja, Lee könnte ein Bot sein. Könnte auch top sein. Hm. Ich bin mit viel Fantasie auch in der Midlane gankbar. Ja, jetzt komme ich gleich nochmal von Bot. Ich kann dir noch ein paar Chains stellen. Mal gucken, pushen wir das. Okay, ich sag's blockieren, paar Base. Nice. Ich mach euch die Krabbe. Ach, warte mal, du bist base'd. Du bist nicht da. Bin schon base, ja. Die pushen nicht da. Wenn du richtig speed bist, freest du ganz kurz. Wenn du das dann kriegst. Ich kann nicht freezen. Okay, ich kann mit dem Base. Mein Gott, ist das eine anstrengende Lane. Das ist... Das glaub ich dir. Okay, jetzt holen wir den Bengel aber richtig ab, ey. Okay. Mal, bitte nicht so aggressiv. Okay. No, what? Der Kamerad auf der Midlane, den würde ich gerne töten. Okay. Das war freundlich. Was, die wir einfach noch hart rauspushen und dann nochmal base'n? Finde ich aber gut, dass du da so offen bist. Ja klar, also ich bin für Kritik immer zu haben. I accept get one. Kann sein, dass der danach einen kleinen Ausdruck in... Lieber hier. Is bot jungle. Kann sein, dass die viermal ein botlane machen. Wir sind base, wir sind base. Nee, er hat Richtung Midlane gemoved. Oh. Midlane. Mein Blue ist up. Also dein Blue. Unser Blue. Ah shit, hab ich immer vergessen, dass du ja journeygod bist. Geh ich jetzt zurück. Bot ist aber Mist nochmal. Ah, ist wahrscheinlich zu spät, denke ich. Nee, aber er ist halt von hier nach da gemoved. Okay. Vielleicht ist er noch da. Botland Toad hat ein drittel HP verloren. Freestyle Lane. Okay, tut er da nicht. Lulu ist gerade wieder da. Die haben wahrscheinlich hier gewollt oder so. Die hat noch keinen Sidestone. Okay, er ist da, er ist da, er ist da. Okay, Xer hat moved vor mir, aber ich komme. Oh, schade. Ist er mal low. Ich komme, ich komme, ich komme. Komm, ich komme, ich komme. Hat der die geflasht? Nee. Der kriegt ja jetzt wieder, der kriegt sich das fix. Komm Johnny. Ah, ja doch, ich kann den hier vorwollen. Der könnte noch Lee kommen, ne? Ich kann ihn wollen, ich hab den gewollt. Nee, 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 nee. Der Kutscher ist weg. Der Kutscher ist weg. Der Kutscher ist schon weg. War jetzt, ah, oder? Ja, aber er hätte vielleicht... Die kommen können. Ja, ja, ich... ...hätt nur dann vorher rausgehen sollen. Ich bin so ein... ...richtig schöner, alles Spades-Rotations oder so. Nice, Kevin. Ja, voilà. Ja, voilà. Wisst du, das ist immer eine gute Investition meiner Zeit, top zu gehen. Haha, so ist es. Ich bin da, ich bin da, ich bin da. Kannst du... Töte ihn, töte ihn, töte ihn. Ja, das war... Oh, die bin ich hinter euch. Wie? Ich kann nicht die bin, ich kann nicht die bin. Ich hab ein... Ich hab ein... Ich renne, ich renne, ich renne, ich renne. Nein, Mann! Nein! Die Minions haben mich rausgeblockt! Ich komm zu dir. Ich renne auch. Fuck! Oh, shit. Opfer! Ich renne, ich renne, ich renne. Oh, du rennst ja weg. Der muss ja wegen der Wind. Oh mein Gott, wir sind einfach... Oh mein Gott, das war so fucking gut von mir. Hab ich, hab ich, hab ich. Das war insane von mir, holy shit. Oh, das war so premium von uns, Junge. Good job, Gucci. Ey, ihr habt beide geholt, ne? Na klar, easy game. Holy shit. Nee, jetzt haben mich in den Tower gedrückt, als ich zurück wollte. Das war echt IP, Alter, das war echt IP. Schade, das hätten wir... Hast die Valve noch hardpushen? Ja, ich hätte ihn jetzt noch cocoon können und alles. Ja, ja, das wäre irgendwie noch gefährlich gewesen. Scheiße. Bitte auch Double Buff. Ich hab's auch schlecht gespielt, damit ich etwas überleben kann. Ich dachte, sein Dice und Slice hat gemisst. Das sieht scheiße aus, ja? Sorry, aber das triggert mich gerade, das heißt andersrum. Ja, wollte ich auch sagen. Sorry, Jungs. Sorry, das triggert mich aber. Haha, sorry. Okay, wollen wir mitte nach dem Rap-Off trotzdem haben wir gesehen? Ja, sie wissen, wo ich bin. Okay. Ja, hat ja Zeit. Oh, so sad. Ja, für mich auch. Jo, kann ich mir vorstellen. I'm sorry. Hast du Jenny? Jo, gleich. Ich will erst mal ein Stück trinken, ne? Alkoholiker. Warte, der hat keine Summoners, außer, glaub ich, Nullo Flash. Oder? Ich bin mir gar nicht sicher, dass die Geist haben. Hier und Extras auf jeden Fall. Ich glaub, Flash ist noch nicht Geist. So, du holst es auch noch auf. Cooler jetzt. Ich hab ja immer noch so einen coolen Pink, oder? Ich weiß nicht, warum die den nicht klären, aber... Ich bin voll fein damit. Oh, vielleicht kenn ich sogar ein Tierbild hier. Das ist ja nicht mehr feierlich. Ach, das könnte ein langes Game werden. Please, top. Jo. Hab ich mir nämlich auch schon gedacht. Alter. Wenn man kein League spielen will, so, dann muss man es ja nicht. Alter. Guck mal, ich müsste die, glaub ich, alleine schaffen. Ah, lieber eher Richtung Topside, aber kann jetzt halt auch wieder Botside sein. Ja, wir sind ziemlich ahead, ne? Wir sollten Drake oder so forcen, oder nicht? Ich bin unten place mit meiner Ulti-Force, to be honest. Wir sind doch stärker grad im Orden, ne? Ja, ich jung runter, dann können wir das machen. Außer wenn ich natürlich... Wie lange haltet ihr hier noch? Bot, 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 Fighters. Das ist klar. Jungs, wir sind heiß. Direkt Break, oder? Tower, 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 das ist wichtiger. Viel wichtiger ist der Drake. Okay, dann komm ich jetzt runter, trotzdem. Oh, Johnny, ich wär da. Oh, ich komm, ich komm, ich hab Ulti, ich hab Ulti. Lee ist da, wir kommen, wir kommen, wir move'n beide. Er hat geflasht. Auf den Lee, auf den Lee, auf den Lee. Ich hab noch nix ab, leider. Die haben wir, die haben wir. Hehehehehehe. Nice. Nice. Bot, Bot, Bot. Drake, ja, ich weiß nicht. Ja, können wir machen, denke ich. Müssen wir gucken, dass der Seerat uns nicht snipet. Ja, was wird der snipen, der Junge. Der hat Magic-Bram-Boots, damit er schneller vor mir weglaufen kann, das war's. Das ist aber ne gute Taktik, in der Hand. Geht. Achtung, Q. Okay. Vielleicht tode ich den hier sogar noch. Kann ich backen, Sola? Wir sind übel am Drücker, ne? Jaja. Don't worry. Aniba, ich hör mir den jetzt halt so, entweder ich töte ihn aus 10 Kilometern, oder... Naja. Johnny, lass demnächst Bot-Lane roam und den Tower holen, oder? Und dann können wir Spot-Lane holen. Ne, ich kann die Lane nicht verlassen, das ist ein... Also ich steh halt... Ich brauch jetzt noch eine Waffe, hab ich Blaze schon. Ja, steht okay. Zett, mega geil. Ich hab meine Waffe, ich hab meine Waffe. Ich hab zwei Waffe, ich hab zwei Waffe, ich hab zwei Waffe. Okay, das soweit. Mir geht's nur darum, dass wir jetzt aus unserem Lead was aktiv machen. Ne, wir würden die nächste Waffe noch pushen und dann Base gehen auf jeden Fall. Okay. Ich hab relativ viel Kohle. In 35 ist der Blue-Up. Der Blue ist super wichtig für uns, damit ich diese fucking Lane irgendwann verlasse. Die haben wir wieder gepinkt. Ja, okay, ich balle mich. Das wird's... Schönen. Okay, Zett, scheint jetzt Base zu wollen. Bruder, er schießt mir einfach aufs noch höhere Distanz ins Gesicht. Bisschen ist halt... Können Botlanes sein. Das ist ein Base, das ist ein Base. Das ist gut. Das ist top, irgendwer ist top, irgendwer ist top. Okay. Irgendwer war hier. Ich geh nur in Midlane Base. Okay. Ich komm ich noch, oder? Ich komm ich noch, oder? Ich komm mal ein Pink Ward. Ich weiß es nicht. Ne, ne, brauchst du nicht hochkommen. Ne, ne, dann hol mit dir die XP von der Wave. Ich kann auch die in den Blue pulpieren. Ich glaub irgendwas war hier top. Okay. Ich weiß nicht, ich hab so einen Winkel, Augenwinkel gesehen. Wir sind so viel stärker, Tobi, Tugard. Das ist nice zu hören. Ich hab auch Exhaust und Flash, wir können übelst über die rüber rennen. Jawoll. Kannst du nach den Minions zum Blue-Buff kommen? Ja. Optimal. Ich glaub die gehen Base, vielleicht können wir da den Turm sogar holen. Ja, die gehen jetzt Base, lass uns dann gucken, vielleicht mit Max finden. Max könnte auch Bot kommen und dann kriegen wir den Torwart. Jo, dann geh einfach direkt, ich mach den Solo. Ja, wenn wir grad eh noch keine Minions haben. Least top. Least top? Einfach Drag jetzt drin, einfach Torwart. Okay, dann lass uns Torwart und dann Drake. Ich push Mitte rein. Drake ist nicht da. Oh, das ist true. Ja. Dann lass einfach Bot dann rein und dann, kann sein, dass die jetzt Swappen, Kevin. Pass auf. Ja, wenn sie schlau sind, Swappen sie jetzt, ja. Also Swappen sie auch nicht. Wir wollen nicht in der Top sind first bei Torwart, also das ist fein. Zeig dich noch nicht. Ja, ne mind. Alles gut, kannst du ja machen. Wir können da gleich drauf, wenn wir den Torwart machen. Ja, ja. Er ist immer noch hier. Ja, ja, go. Okay, Flash. Nice. Okay, jetzt einfach top Swappen. Jo, lane aus, push in den Top. So. Mein Blue-Buff sieht die Sache ganz anders aus. Was gesagt, was war? So ein Arsch. Könnt ihr noch was machen? Wenn der Top ist immer noch hier. Ja, ich will trotzdem Swappen, ich will Swappen. Damit die Top-Tower nicht kriegen. Kann Top kommen? Wir kommen jetzt Top, ne? Wir kommen jetzt Top. Ne, wir kommen jetzt Top. Ne, wir kommen jetzt Top. Ne, wir werden, ich will oben den Töten dürfen. Ne, wir werden, ich will oben den Töten dürfen. Ne, wir können noch mit rein pushen, jetzt wenn Sola wieder da ist. Ich hab Eck ab. Ah, sie hat dazu geklebt. Hat der Rang den Flash? Ich glaub schon. Hab keinen Rang, hab keinen Rang. Der werde knapp gerade geflasht, glaub ich. Hab ich das richtig gesehen? Ja, hat er. So, da kommen jetzt alle einfach Top und pushen. Ja, ja, ja. Ich würd sagen, Johnny kann ruhig, Johnny kann ruhig. Okay. Nee, 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 nee. Ich geh weiß. Ah, nee, ich geh mit, sonst verlier ich die Welt. Ja, ja, ist richtig. Ich hab Black lieber schon ab. Boah, Alter, was machst du für Schaden? Ja? Ja? Hat der Summoners, der, äh, guck mal? Guck mal, kein Flash. Rest ist ab. Okay. Lulu ist Mitte. Kein Flash, Rest ist ab. Einfach rein pushen, oder? Jo. Kannst du das Mitte halten? Ja, ne? Wieso? Ja. Ja. Kann der in Vault, äh, Jungle noch Warden gehen jetzt? Nee, Lulu und Xad kann wohnen. Ist ein bisschen risky. Achst dann, ja. Warte, ich push den nächsten Valve rein, dann seht ihr ja, ob wir Infos haben oder nicht. Zera ist Mitte. Ah, hier ist der, die haben das Ding jetzt genommen. Zera ist Mitte, Rest wissen wir nicht. Was machen wir jetzt? Wollen wir Mitte swappen, oder? Ich kann nicht. Ich kann nicht. Ich kann nur erstmal kurz chillen. Auf jeden Fall Fission holen, in irgendeinem Jungle. Hier ist Pink Ward, wir haben gerade zwei Pink Ward geclared. Nice. Der ist um, der ist um. Können wir go-joinen? Jo, der wird für den Blue-Bab vorhin gerade. Nice. Hat die Flash? Weiß ich nicht. Hab ich's Haus, wenn er reingeht. Der hat geflasht. Bitte, 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 bitte. Komm bitte. Aber der Serat muss Base, der ist um. Hilfe. Oh, loll. Ne, ne, ne. Flash raus. Okay, das war ein bisschen kacke, dass... Das... Pink Ward, Pink Ward. Pink Ward. Ja, ist okay. Ne, hier, nicht hier. Renekram könnte auch moopen. Hier steht falsche Seite. Ich weiß nicht, ob die für mich kommen, oder? Oh, irgendein andere. Ich hab Lee, gibt's Stunt. Passiert nichts. Ah, der hat schon vier. Ah, der hat schon 0, 2. Nice damage. Okay, die sieht schon, bitte. Ich bin da nie wer. Aber der Lee hat Ult. Aber ich dachte... Ich bin gleich da. Ich bin gleich da. Ich hab Ulti weg. Hast du Egg? Ja, ich hab weg. Ich hab weg. Ich hab weg. Please. Danke. Ah. Das war witzig. Nice. Hier ist Lulu, hier ist Lulu. Ich bin relativ low. Oben Kevin. Oben Kevin. Oben Kevin. Serath? Serath? Der hat cleansed den Kran. Nicht geflasht, nicht geflasht. Hier, die Lulu? Ich hab nichts fertig. Ich hab ein bisschen aufpassen. Ich bin Sniper. Fuck, war das bad. Können wir mit zusammen ziehen? Warte, warte, warte mir an. Ich kann mit ner Journey. Irgendjemand muss bottom gehen. Ich geh, ich geh. Ich geh base. Ich kriege good damage grad am Turt. Pass auf, pass auf. Ja, das ist zu low. Ja gut, wir haben den fast komplett bekommen. Ah, ist nice. 30 Sekunden Drache. Ich hab gleich noch 100. Ich brauch noch 600. Ich nehm die Wave, dann geh ich noch mal schnell base. Ah shit, war das bad. Ich kann auch zur Not bleiben. Aber der tut schon gut weh. Oh mein Gott. Ich hab, ich hab zu ne Flash. Ich stell dir so die Lane seit 20 Minuten vor, obwohl dieses Game erst 16 lang ist. Ich geh in my base. Ich bin zurück in die Zeit gereist, um nochmal bescheuert zu werden. Aus dem Maul zu kriegen. Das ist einfach behindert. Alter. Komplett, Alter. Steh dir vor, es wär ein Varus. Ach, hab mal fünf. Ja, ich lass den direkt machen. Die können ja nicht contesten, wir sind. Aber ich bin das nur der Kopf nicht komplett dumm. Ich bin komplett dumm. Warum sind sie jetzt scheiß Drachen, wenn wir hier so erhitzt sind? Top-Langers-Kopf mal? Einer Top, geh du, geh du. Ich geh. Mit du ja, Matt. Hatschi. Achso, okay. Dann geh ich runter. Ja, ja, ja. Atomitour sind wir wahrscheinlich den Rest des Spiels stärker. Oh, das steht gar nicht so schlecht an. Also vielleicht wohl halt im Bild nicht, aber. Wir können ja selbst da, selbst da. Ich glaub, du kannst auch One-V-One da oben halten, ne? Theoretisch. Habe ich im Ernstens-Sein noch nie so gespielt. Die nächste Drache ist wieder Cloud-Drake. Nice. Äh, nice. Blue's up. Blue's up. Ja, eben. Ich jungle hier kurz zum Bot-Jungle. Okay, ich push nur Mitte durch und geh dann schon zum Blue. Ja. Lulu, Bot, guck mal auch. Bin da. Aber es zeigt, oh, what the fuck. Boah, das ist nicht fucking an. Lucky, ich bin tot. Was war das denn? War das ne fucking Jungle? Ja, oder? Oh, das ist das an. Okay. Fuck man. Ja, dann brauch ich jetzt wahrscheinlich Hilfe wird. Fuck man. Ja, top. Ja, ich... Ja, ich... Mh... Hab... Travac'n TP? Keine Ahnung, aber kann ich TP? Lees hier. Ja, ich muss den Turt abgeben. Oh, ey, so ein Scheiß, ne? Passiert, passiert. Lees hier. Lees hier. Fuck journey, man. Ja, den will ein Turt. Mal gucken, ob wir Mitte vielleicht gehen können. Ja, ja, ja. Ich ult ihn gleich. Ja. Ja, das ist ne... Ja, das ist ne... Ja, das ist ne... Ja, das ist ne... Auch wenig Range, find ich. Hm. Was für ne Bots nehmen? Wir sollten den diven, Alter. Wir sollten den einfach diven. Ja, ja, ja. Lass einfach bitte komplett weg raus. Ich werde da nicht mehr so viel machen, ne? Ja, t... Ein Out-Attack am Minion selbst wäre das top, bitte. Denk mal. Turt, 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 Turt. Ja, Turt, 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 einfach. Auf wir zonen. Was, mit Botlane? Mal Botlane routieren, dann wäre welch. Ne, kriegen wir nicht mehr. Kriegen wir nicht mehr. Ne? Okay. Ich hätte jetzt auch... Ja, müssen wir eigentlich. Pass auf, pass auf. Achtung. Nebel kicken. Nebel kicken. Ah, ja. Wann drin? Musst du mit der aufpassen? Ich bin safe. Boah, wir sind für die zwei Boots, das ihr behindert, Alter. Was geht denn bei denen? Ja, die wollen hier pushen. Lol. Der Reineken. Der Lee hat noch kickt, denk dran. Bin ich da, ne? Lass mal jetzt einmal rausgehen. Kommt her an uns, dann guck mal, der die Lane komplett aufs Mauer gekriegt hat. Okay. Wir müssen prinzipiell mit Bart journey, äh, mit Bart ult engagen. Allerdings brauchen wir dafür halt Kevin. Das heißt, wir werden das jetzt, den Cocoon bitte jetzt abbehalten. Falls sie uns liven wollen. Aber wir haben da nie mehr. Ich hab erst ein 20 DP, ne? So dumm. So dumm. Ja, wir müssen halt, wenn wir nicht engagen, werden wir verlieren. So, der wird das immer wieder machen. Wir werden dagegen nichts machen können, wenn wir nicht engagen. Ja, wenn er das einfach das nächste Mal macht, Cuco auch nicht hin. Und dann ficken wir ihn. Aber wir haben jetzt auch Caitlyn Traps. Die brechen den Siege ab. Vielleicht können wir da Cocoon mal catchen. Bart ult? Okay. Nice. Aufpassen. Nice, nice, nice. Der hat gerade gelacht, wenn er uns gedamaged hat. Dann kriegt er auch schon aus dem Mauer hier. Bot lane kann sich hier richtig schön abholen. Ich hab dicke Asche. Du kannst ihn wirklich haben, wenn du willst. Okay, dann geh ich. Dann geh ich. Aber wenn ich gehe, fällt Mitte nah. Deswegen. Wir haben keine Wave, oder? Ja. Der wird ein bisschen geschenkt. Äh, Solar? Ja, ich hab geguckt, ob ich vielleicht baiten kann. Also alleine kann ich das hier Mitte definitiv nicht halten, ne? Aber... Ja, ich wäre noch... Ich muss auf jeden Fall backen. Ja, aber ich hab auch... Ich weiß nicht. Hier kommt drauf an, wie viele die sind gerade. Ja, wenn's nur... Ja, die haben keinen Cocktail, ne? Vier Mitte. Nee, ich muss gar nicht halten. Doch, 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 doch. Die gehen weg. Ich hab halt Pescher-Dicke jetzt hier. Ey, ich muss Bot zumindest einen Slow-Bush machen. Ich geh jetzt Base, ich hab sehr viel Cash. Gucken, vielleicht kann ich sogar Blue-Buff stealen. Guck mal. Ne, es sind jetzt alle Mist, also... Äh, ich bau jetzt Rühlois, ne? Äh, ne, bau mal ein bisschen, oder? Achso, fuck, ne. Ja, bau, bau Leben. Bau, bau Leben. Randoins. Amor. Ja, Randoins. Ich würd jetzt... Weiß nicht, ob ich... Also ich würd jetzt ein HP-Item und dann sofort GA, weil du wirst nicht tanky genug sein, um überhaupt tanky zu sein. Ah, okay. Wenn du verstehst, was ich meine, so... Der kommt mal wirklich sowieso schwer an. Nein. Aber Randoins ist... Randoins. Ja, aber komplett AP ist halt auch ein bisschen. Ich bau Randoins. Geh Randoins. Ja, Randoins into GA ist, glaub ich, jetzt gut. Ja. Ja. Ich bin jetzt halt grad echt stark. Noch bin ich auf jeden Fall stärker als der Kogma, aber das könnte sich bald ändern. Geht halt immer von Fight ab, ne? Wenn wir... Okay, bot lane. Müsstern wir die Dwarves für Freeway. Hm. Würd die Wave-Sharmon noch mal ne Wave mehr rauspushen sein. War nicht so klug. Wir müssen halt wieder zusammen und invaden. Wir haben halt wieder null Vision. Ja, lass doch einfach jetzt pressure für den Baron aufbauen. Jojo, Randoins ist grad eh bot. Wir können topside in jungle rein. Ich gewonnen. Ich gewonnen. Ich gewonnen. Exhausted. Oh mein Gott. What the fuck. Was war das bitte? Huch. EG. Das ist krank. Elf Mann Lee Sin Kick. Huch. Oh, die shit. Das war echt cool. Aber wir hätten nichts forsten brauchen. Naja, wär der Lee Sin Kick nicht so insane gewesen, hätte mir den Fight auch glaube ich gar nicht so schlecht gespielt. Aber ich war halt voll HP noch immer, war ich tot. Und wir haben halt vier unscaled und ich war richtig gut dabei. Ich war halt legit auf 100% Leben und bin im Knock-Up gestorben, ohne dass mich Kogmarke auto attackte. Oh shit. Jetzt hätte ich flashen müssen. Weiß nicht ob ihr da fighten solltet. Ja, die machen Mesh ne. Oh mein Gott. 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 Shield, das war echt gut von denen. Hast du noch gut? Ja, aber... Ja, ich hab aber... Ich hatte halt keinen Flash mehr. Also... Ja, mal gucken was die damit machen können erst mal. Push-Bot die Wave raus. Immer noch guten Wave klären. Er hat Gefäß weiter. Der hat halt auf 75 AP gesmited. Und einfach so auf 3 Sekunden auf 70 AP. Weil kein Gatefinish hat er. Richtig unlucky. Ja, aber ich glaube wir... Wir brauchen jetzt nicht großartig anders spielen. Na gut, er hat Baron abwarten, klar. Keine Ahnung, in der Siege kommt kannst du Baron nicht abwarten. Wir müssen trotzdem engage'n. Sonst ist es halt einfach... Okay. Also die haben halt... Hier ist Rannikin. Wir können jetzt vielleicht catch'n. Ich hab keinen TP, ne? Ich puste nur ein bisschen raus und komm' ich. Opfer. Brauche ich weiter Pressure in Action. Direkt keine Rating. Brauche ich den nächsten Rating bis zum Lifesteal. Das ist immer ein guter Vorwand, um die Minions zu kriegen. Mhm. Oh. Doch. Die Zeitlinien sind richtig dicker. Kann sein, dass die uns wieder engage'n, oder? Ja, ja. Muss auch was nötig. Genau oben raus. Guck mal Spotlane. Das ist die Überzahl. Wollen wir Toplane pushen? Ja, oder? Wir gehen ganz außen rum. Wollen wir probieren? Hui. Ist auf jeden Fall so Zeit. Wir müssen aber nur, wenn sie kommen, kann einfach Base gehen. Ja. Leak'n Smite. Wollen wir versuchen zu Diven, oder wat? Boah, wenn du engage' siehst, aber... Ist nicht wie. Okay, die von hier. Wir haben zwei Traps. Komm bitte, Tom, bitte. Weiterhin. Okay, Renekton, 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 Renekton. Ist zwar nicht zu... Kogmar ist Bot, ne? Ja, wir können back rein. Ist ein Blaze wie Kogmar, oder? Nicht gewesen. Keine Ahnung, ob ich den alleine aufhalten kann. Oh mein Gott, ich werde abgebrochen. Der wird weiter pushen. Das ist nicht gut. Was ist mit TP vielleicht? Bist du low? Sterben. Ich hab ihn noch. Kann ich helfen doch nicht. Hey Lulu, Flash. Ist der Elite? Komm zu dir. Oh man. Komm, was auch schade. Okay, die haben den In-Up nicht. Nice. Alter, meine Move sind und flieg grad. Und flieg. Sacht er. Okay, das... Joa. Das war goldtechnisch worth, glaub ich, für uns. Aber auf dem In-Up ist halt schon... Dafür, dass die... Ja, aber wir haben halt auch ein paar Baron-Scheiße... Ja, genau. Also ich glaube, dafür, dass die Baron hatten... Ja. Und halt diese übelste Siege-Conforms... Das ist, glaub ich, echt noch glimpflich ausgegangen für uns. Der ist auch echt dick. Ich hab jetzt gleich Infinity Edge. Ich hab... Oder gelacht. Luft ausgepustet. Luft ausgepustet. So. Glaub ich, wer sitzt denn eigentlich? Drei Level vorne. Da waren noch 350 Gold. Gleich wäre Flash-Up. 340 wäre... Ich hab jetzt Randuin. Ah, ich würd noch... Ich würd noch die Metal-Wave nehmen und Redbuff, dann hab ich das... Glaub ich... Zwar nur Nord-Kolem. Okay, was wir planen? Das nächste gute Argument für die Wave. Ja, aber ist halt wirklich ein gutes Argument. Weiß ich. Blade First ist so'n... Nein, nein, nein. Ich würd da gerne ins Blut pushern, weil ich so strong bin, aber... Nein, wir können für Sola doch... Ja... Ja, Sola ist halt richtig fett, ey. Nice, danke, Kutscher. Bitte. Du flicksst. Kann ich erklären. Okay. Ähm... Also, Drake und Baron Spice sind drei Minuten ab. So... Wenn wir halt einen Speed-Bush kriegen... Ihr müsst halt ein bisschen vorsichtiger jetzt spielen. Wir sind ein bisschen Pesh-Up. Ja, Kaden ist gerade eh erstmal Basen. Schau mal. Ja, dann nimm noch die Wave da oben. Das macht doch ja auch keinen Sinn. Wenn ich schon mal da bin, ne? Das ist ja... Noch ein... Ulti ab jetzt, ne? Die Team-Bot. Die Team-Bot. Die Team-Bot. Hier ist Lee. Ich geh jetzt Basen und komm ich. Ich bin so stark gerade. Du musst auch passen. Eben ist auch passen. Ihr müsst auch passen. Ich bin wirklich so fucking strong gerade. Wenn es einen Zeitpunkt gibt, wo ich stärker bin, dann ist Kogma. Dann ist er jetzt. Ja, dann lass... Jetzt einfach Fights vor außen. Einfach Bart-Ultimeter rein. Und dann... Was wissen wir über... Flash? Ich weiß, dass Lulu Flashdown ist. Lulu ist auf jeden Fall geflasht. Die Lulu-Bot jetzt. Äh... Kogma ist glaube ich nicht geflasht. Oh! Die wollen, die wollen Button-Hip. Wir sollten fighten hier. Ja, wir sind denk ich... Der ist auch Gun-Blade. Äh... Haben wir Sweeper? Ja, 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 ja. Ich hab... Ich hab... Flash Alit. Pass auf. Pass auf. Pass auf. Pass auf hinten lang. Alle safe. Safe, 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 safe. Wir haben Zeit ein bisschen. Ich muss auch noch Rage aufbauen. Aber die können uns ja... Die wollen uns ja halt siegen, ne? Wir müssen die halt einfach engagen. Oh, sorry. Wollten eben eh interrupten. Wollte ich nicht zu sehr zupoken zu lassen, wenn man fast hat. Ja. Also warten auf Kevin's Rage. Und eins nice Bart-Ult. Kann sein, dass... Die wollen halt mich vielleicht ein Geld schon nicht angucken. Wollte ich Bart-Ult rausfahren, wenn ich eine sehe oder nicht? Nee, erst mal. Erst wenn ich kurz vor Rage bin. Okay. So wenn ich schon 80% bin oder sowas. Oh, hier. Schade. Das ist ein C. Holy shit. Da hat kein Flech, der hat kein Flech. Ihr müsst auf Cog Mayor gehen. Ja, ja wir brauchen... Cog Mayor, Cog Mayor, Cog Mayor. Ja, ja, ja. Okay. Ey, das ist komplett lächerlich. Ich bin... Holy shit. Kann er mit F daypen? Oh nice. F ganz raus. Könnt ich snipen. Wollen wir nicht machen, glaub ich, oder? Doch, doch. Oh. Ja passt, nice, good job. Okay, Drake und Baron sind jetzt gleich ab. Das war halt so unlustig gerade, Alter. Er hat mich halt legit angeflasht und einfach viermal geautotaght und ich bin gestorben, Alter. Drei Sekunden habe ich überlebt. Und das, obwohl er am Anfang einmal einen Autotag gemacht hat. Aber war ja worth im Endeffekt. Wenn er das im Teamfight macht, ist er halt... Er hat Flash raus, ja? Ja, er hat 100% Flash raus. Er hat den wieder, wenn ich ihn auch hab. Kann ich, also kann ich euch dann sagen quasi. An mir hat er jetzt zum Beispiel echt nicht so viel Damage gemacht. Also ich hab auch Randoins direkt. Ja, weil sein Wehr auch auf Coulomb war. Okay, ich brauch 200 Gold bis Void. Willst du top name? Ich hab Turnwölfe einfach. Okay, also. Sorry, Max. Ich hab jetzt keinen Flash dauer. Dann nehme ich rein im Müffler. Ah ja, Barron, 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 Barron ist ab, Barron ist ab. Ja, ja, ich ward rein. Okay, ich soll trotzdem noch basen. Ja, die haben halt, guck mal, die werden ja jetzt so hard rushen. Ja, ich geh hier Base und geh dann sofort hin. Kutscher muss auch zum Lash. Alter, ich bin schon unterwegs. Erd Drache ist auch noch ab, die werden wahrscheinlich eher Erd Drache gehen. Ja, dann können wir doch den Barron machen. Oh fuck. Ja, können wir jetzt nicht einfach schnell Barron machen? Ey, wie dann? Wir haben nicht so viel. Na, naja. Bin aber jetzt aufm Weg. Ich hab grad 2, ja fast 3000 Gold ausgegeben. Wollen wir die irgendwie trappen? Warte, wenn ich dann wieder ein bisschen näher dran bin, einfach Bard Ultimate auf Cockpawn und dann geh ich rein mit Ultimate. Ja, der hat keinen Flash, so. Das ist einzig ein Freak. Ich bin auch nicht da. Seerat ist bot, ich bin auch nicht da. Okay, lass Kevin einfach ein bisschen Rage aufbauen. Ich könnte auch noch weiter flinken. Der geht jetzt auf Sterex wahrscheinlich oder Thousand Malad 1 und 2. Okay, ich bin jetzt da. Kann ich vielleicht. Ich wär auch ready. Ich geh rein, ich geh rein. Ich hab ihn gesackt. Guck mal, guck mal, guck mal. Ja, aber wir sind zu zweit noch. Oh, gut. Game over. Guck mal, ist einfach immer noch so ein riesiger Hurensohn, Alter. Aber gut, das war... Denn die Zinn hat mich gekickt. Und der Szene ist halt, wenn die Bard ult nicht trifft, ist halt einfach disengaged. Der Leasing Kick war aber auch echt gut. Da konnte ich nichts machen, leider. Ist das Game? Ist das Game, ne? Ja, ist das nicht Game. Doch. Aber wir müssen danach... Ja, manche? Ja, save. Ja, dem guckt man aber mal ein. So, ich will mal save den, Alter. Na ja, wir haben viele Fehler gemacht. Ja, aber... Was in der Mitte und alles... Ja, ne, die wollen nicht banen. Als ob. Die können so easy banen. What the fuck? Wollen wir... Ja, die werden jetzt baronighted. Aber ja, stimmt. Wir hätten auf jeden Fall nichts erhalten, das stimmt schon. Ja, dann... Wir versuchen uns zu order, Alter. Versuchen wir Nash zu rushen? Das Ding ist, die rennen uns halt die Bude ein in der Zwischenzeit, oder? Ja, und wir haben ja immer noch TP. Wir müssen so oder so hin, weil sonst ist Game vorbei. Ja, wir haben TP. Lass einfach... Ke... Äh... Kios oder nem T-Wave. Und dann gehen wir einfach zu Nash. Ich muss auch trotzdem weiter hinten stehen ohne Flasche, dass er mein Bett... Ach, schade, ey. Ich muss mich so auf den Kogma konzentriert, dass er nicht mich wegquicken kann, oder dann macht er dies ja nicht weggepumst. Vielleicht können wir Rennikon... Ja, Rennikon. Ich kann halt die Dinger zu Trappen. Woll... Wieso kommt, da an der Seite? Nice joke. 8 Sekunden hab ich... Dings... Okay, dann gehen wir mal auf Kogma, wenn wir hier was sehen. Da machst du ein Flash? Sollen die Mitte reindrücken? Ja, ich weiß. Wir sollten halt von Nash. Ja, wie willst du denn? Ich würde jetzt nicht sagen, dass das nur überwändig ein Todesinstagramm ist, aber... Ja, wir können halt die Dinger zu Trappen. Und ich hab halt echt viel damage finish Dann chop mal hier durch Achso Ja okay Let's go Wir machen Nash Kevin Okay Xadu Das ist ein Problem Nee der ist bad Hier jetzt Okay wir haben Ich hab ihn fighten fighten Ich bin hinter den Ich bin hinter den Alter was ist denn das für ein Mensch Ich bin hinter den immer noch Können wir fighten Ja 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 Wenn du was flippst wir müssen ja Ich bin halt hier ganz allein so dazwischen Oh ne Lulu hätte ich ihn gekillt Er ist halt wirklich Er braucht halt echt keinen Skill Für diesen dummen Hurensohn Champion alter Er drückt halt einfach nur Rechtsklick Es ist Ja das geht bei Kogma nicht anders alter Oh mein Gott regt mich das auf Er spielt halt nicht mal gut grade Letztes Game hat er gut gespielt Dieses Game macht er nichts Nee letztes Game hat er nicht gut gespielt Naja Fand ich schon Aber Also er hat halt Egal 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 Ja Egal We got this guys We got this Yo Mean while base Hast du nur ne ult? Hauptsache der Spaß geht nicht blöd. Super Spaß. Schön übrigens wieder da zu sein. Da kommt zum Mittag Free Farm den wir da haben, da seh ich uns aber sowas von. Protect, hold the gates. Irgendwo ist irgendwo jemand in meine Trap gelaufen. Fast in range. Bisschen vermisst habe ich es, muss ich sagen. Geh mich doch auch, komm, gebt zu. Na klar, Captain. Der will als nächstes wahrscheinlich auf QSS. Ey, ich hab grad ein gutes Game, ja, laber mich voll. Nächste Woche nicht wieder den Adam-Konzern oder so. Hallo, Jungs. Ich hab Ultimate. Absoluter Yolo-Fight. Warte, warte, lass bitte warte, bin ich dabei. Okay, okay. Warte, nachdem jetzt Pauli immer weg, warte ich. Warte ich, auf. Lies, los, lies, los. 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 Oh, das war die. Oh, beide rausgeflasht, Pissar. Nimm den, nimm den fucking Renekton. Pass auf, pass auf, pass auf. Ne, passt zurück, zurück, zurück. Wir können nicht, guck mal Kalken. Jungs, ins Redemption. Oh, wusstest du, Adam, du hast mich geblockt, aber ich weiß, was das ja auch. Oh, wow, noch einer? Boah, ich hab noch Flash. Alter, wie viel hatte der? 100% meines Lebens von Serath Ult verloren. 100% meines Lebens. Fühlt sich cool an, auf jeden Fall. Die haben einfach so viel Cancer in ein Team gesteckt, dass man einfach nur davon sterben kann, so. Jetzt rückspulen aufs letzte Game. Ich bin untiltbar. Oh, die Scheiße. Warte ich, aber. Nein! Eieieiei. Ja, das war weiter. Schade. War mir ne Ehre, Leute. War mir ne Ehre. Schade. Ey, 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 ey. Wir haben die so weggebumst, aber ist einfach egal, Mann. Ja, bei dem einen Teamfight haben wir es halt verloren, wo wir nicht abgebrochen haben. So hart Outplayed, Outplayed. So hart haben wir die Outplayed. Das war egal. Beide Games. Beide Games. Ja, ich im Jungle hab den auch komplett Outfarmed. So, tschüss. Okay, Leute. War trotzdem spaßig mit euch wieder. Aw